Moin Moin meine lieben Mit-Division-Agenten, heute geht es um das Thema, was tun bevor 1.8 live geht. Und gleich vorneweg, nein, auch ich weiß nicht wann 1.8 endlich live geht, ich persönlich peile mal so die erste Novemberwoche an, aber versprechen kann ich da natürlich nichts. Und genauso wie wir auch wissen, dass auf dem PTS noch lange nicht alles fix ist, wissen wir trotzdem, dass uns einige Neuerungen erwarten. Und auf drei von diesen können wir uns im Vorfeld schon wunderbar darauf vorbereiten. Wer also mit Beginn von 1.8 schon viele neue tolle Sachen haben möchte, der bleibt jetzt dran und alle anderen, die sich nur nach und nach etwas erspielen möchten, die können jetzt beruhigt ausschalten. Mit 1.8 erwarten uns neue exotische Waffen, die Division Tech Verbesserungsstation und es wird auch neue Klamotten und Emotes geben, die wir nicht nur kaufen können, sondern auch durch die verschlüsselten Behälter erhalten können. Von daher ist die Vorbereitungsidee für 1.8 auch recht simpel. Er spielt euch so viele Exotikisten wie ihr könnt, sammelt euch bis zu 4000 Division Techs in der Dark Zone und hebt euch alle Schlüsselfragmente auf. Und bevor die Frage kommt, ja, eure aktuellen exotischen Kisten können dann mit 1.8 die neuen exotischen Waffen enthalten. Für die, die dann immer noch keinen Ninja Rucksack haben, kann ich nur sagen, tut mir leid, aber mein Tipp wäre trotz allem, hebt eure Kisten trotzdem bis 1.8 auf. Überbrückt die Zeit, wenn ihr jetzt noch keinen hattet, dann schafft ihr es auch noch die paar Wochen bis 1.8 rauskommt. Und dann habt ihr trotzdem die Chance ja dann später einen Rucksack zu bekommen und zusätzlich doch die Chance auf die neuen exotischen Waffen. Und ja, ich weiß auch, dass es viele Solo-Spieler gibt oder auch Spieler, die keine feste Gruppe haben und es diesen somit schwer fällt, an die exotischen Kisten ranzukommen, die man aus den legendären Missionen und den Übergriffen bekommen kann. Aber auch da habe ich einen kleinen Tipp für euch und zwar könnt ihr diverse Übergriffe und legendäre Missionen wunderbar in Random Gruppen erledigen und somit auch eine exotische Belohnung bekommen. Zu den Übergriffen würde da gehören Falcon Lost und der Drachenhort, die sind eigentlich in der Regel recht easy in einer Random Gruppe zu erledigen. Clear Sky und Last Dance sind da etwas schwerer, aber auch diese können in einer Random Gruppe funktionieren. Bei den legendären Missionen würde ich euch als allererstes den Times Square empfehlen, denn den kann man auch alleine oder zu zweit wunderbar bewältigen. Und denkt dran, den Endbus, den Dicken kann man auch wunderbar mit einem Geschütz besiegen. Die anderen beiden Missionen Napalm und Rockingate sind in einer Random Gruppe manchmal etwas tricky, aber auch diese sind zu schaffen, wobei ich da der Meinung bin, dass Rockingate einfacher ist als Napalm. Und zu guter Letzt bleibt euch natürlich auch noch die Möglichkeit euch eine Wochenkiste Belohnung zu erspielen. Da gibt es am Ende ja auch eine exotische Belohnung drin. Hebt diese ganzen exotischen Kisten dann also wie gesagt einfach auf für 1.8 und ihr habt dann gleich eine Chance auf die neuen exotischen Items. Und für die, die noch Division Tags brauchen für die neue Verbesserungsstation habe ich jetzt hier eine kleine Farmroute für euch zusammengestellt. Da könnt ihr theoretisch in einer guten halben Stunde um die 100 Division Tags zusammen bekommen. Sollte der Server voll bzw. überfarmt sein, dann kann man sich ja einen anderen Server suchen oder man sucht sich einfach eine andere Uhrzeit aus. Anders gesagt Samstags abends 20 Uhr ist eventuell nicht die beste Zeit sich auf eine Farmtour durch die Dark Zone zu begeben. Wie auch immer, wir starten hier in der Dark Zone 1 in der 31. Straße West und begeben uns zum ersten kontaminierten Bereich, wo wir dann aus der Druhe eine goldene Kiste rausholen und in dieser findet sich ja nicht nur goldene Items, sondern auch Dark Zone Credits und die begehrten Division Tags. Bis zu 5 Stück können dort enthalten sein. Von dort aus geht es direkt weiter in die gegenüberliegende Straße, die 32. weiße Straße ist das, wo wir einmal wieder eine goldene Kiste und auch eine lila Kiste finden. Ja, auch die lila Kisten enthalten Dark Zone Credits und Division Tags. Von hier aus laufen wir weiter runter Richtung Tankstelle und biegen am Parkplatz ab, holen uns unsere nächste Kiste ab, von dort aus geht es direkt rüber in die Tiefgarage, wo wir wieder eine goldene und eine lila Kiste finden und von daraus gehen wir dann raus zur Tankstelle, wo wir nochmal eine lila Kiste an der Tankstelle direkt finden und eine weitere lila Kiste nebendran in dem LKW. Dann haben wir 8 Kisten und können diese erstmal ausfliegen. Von hier aus geht es dann weiter in die Dark Zone 2 und halten uns rechts, da finden wir dann wieder eine goldene Kiste und nach dieser halten wir uns wieder rechts, gehen hier in das Gebäude rein, wo wir weitere Division Tags finden. Von hier aus geht es weiter Richtung Kalkesse an der Bücherei vorbei, wer mag kann diese noch clearen, denn hier liegt ja auch nochmal Division Tags rum, das kann man je nach Bedarf machen. Und wenn wir in der Karkesse sind gilt das gleiche, wer mag holt sich einfach nur die Division Tags hier oben auf der Brüstung und wer Lust hat, der cleart das ganze hier noch und holt sich die Division Tags, die es in dem Gebäude selber gibt. Und zudem findet man hier auch noch eine weitere lila Kiste. Und wenn wir hier fertig sind, geht es direkt nebendran die Seile hoch, wo wir weitere 3 Division Tag Behälter finden, gehen links wieder runter in den kontamierten Bereich, wo wir eine weitere goldene Kiste finden. Die Reise führt uns dann weiter Richtung Safe House, wo wir in der Ecke auch nochmal eine goldene Kiste finden und von hier aus geht es dann direkt weiter hoch zu den Cleanern, wo wir nachdem wir dann die Mobs gekillt haben, eine weitere goldene Kiste erhalten können. Und wenn wir das ganze erledigt haben, geht es runter zum Ausflugspunkt der Dark Zone 2. Hier finden wir unterhalb die nächste goldene Kiste, aber wir fliegen noch nicht direkt aus, denn wir gehen direkt weiter hoch Richtung Dark Zone 1, wo wir in dem Zwischengang in den kontaminierten Bereich wieder eine goldene Kiste finden und im ehemaligen Noob Spot, so heißt der ja so schön, eine weitere goldene Kiste finden. Von da aus gehen wir zurück wieder zum Ausflugspunkt der Dark Zone 2, wo wir unten noch eine lila Kiste finden und können dann getrost ausfliegen. Nachdem das ganze Zeug dann ausgeflogen ist, kommt dann auch schon die letzte Etappe unserer Farmeroute. Wir gehen oberhalb wieder Richtung Dark Zone 1 und begeben uns dort direkt in den Untergrund, wo wir dann weitere 6 lila Kisten finden und eine siebte Kiste finden wir oberhalb des Ausflugspunkt, nebendran auch nochmal eine Kiste mit Division Tech. Und wenn es richtig gut läuft, haben wir gleichzeitig auch noch ein kontaminiertes Event, wo dann die dann beiden kommenden dicken Bosse auch nochmal Kisten droppen können. Und wenn wir das ganze dann hier in der Dark Zone 1 oben ausgeflogen haben, können wir in das Safe House gehen, unsere Truhe leer machen, ganz viel Division Techs kassieren, den ganzen Müller entsorgen und die Tour von Neuem anfangen. Und wenn ihr nicht gestört werdet bzw. mit ein bisschen Glück, könnt ihr dann ratzfatz euren Division Tech Vorrat ruckzuck auffüllen. Kurz gesagt nehmt jede Kiste mit die ihr kriegen könnt und fliegt nicht jeden Schrott aus, wenn es sich nicht gerade um ein Teil handelt, was euer derzeitiges Setteil ersetzen kann oder es sich natürlich um ein gutes Classified Teil handelt. So und das war es auch schon mit meinem Tipp für die Dark Zone Route, ich hoffe ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen, wie gesagt hebt euch die exotischen Kisten, die Schlüsselfragmente und die Division Techs schön auf für 1.8 und wenn euch das ganze Video hier gefallen hat, ich freue mich über jeden Daumen nach oben, teilt das Video, liked es, abonniert mich, erzählt es eurer Schwester, Tante, Onkel, Bruder und so weiter. In diesem Sinne, ich bin raus, euer ExxedX und tschau tschau.